hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde fortnite rettet die welt wir lassen jetzt die rakete starten das ist mission 10 von 10 im ersten part und ich habe mit dabei chiara und dem bro player den dodo und wir gehen jetzt mal hier farmen und sammeln ich muss mir mal ein paar autos holen und du bist aber gerade bei mir ziemlich umgelegt ich brauche wieder matschock für die stimmige verteidigung ist so viel weggeballert nein jetzt habe ich aber mein ding ist nicht leer gemacht ich bin so doof mein lager jetzt habe ich so viel bis 5.000 gehen sicher nie ist aber grau bei mir angezeigt 2000 im lager 5.000 es liegt alles auf dem boden so im lager habe ich das immer 499 und dann oder 999 und dann aufgeteilt mal einzelnen haufen in der größe gemacht auch um die materialien ganz viele schrauben das kann ich meine munition wieder machen ja ich auch endlich jetzt bin ich schon wieder keine schrumpel ja gut den arbeitsspekt verstehe ich da jetzt nicht mehr ab aber habe ich aber so viel fallen hergestellt es habe echt matschock ohne ende gekostet ja 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 also ja 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 da ja ja ich habe ja 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 dinge na komm wir wollen es nochmal krassen ach das krieg ich dann alles gut das ist dein Knochen bei dir ja sind wir auch alles ich hab mal den Legen leeren rausklappen noch 495 Höhen da sind noch ein paar hihihi ja ich find grad so viel Munition das ist so goldig ja ich hab auch ein bisschen was auf jeden Fall wieder für die eine von ihm die schluckt extrem viel Munition die haut es auch zu schnell raus ja ich hab jetzt schon wieder 24 und ich hab halt nur schon mal ein bisschen ja schon mal etwas kann man schon warten aber diese Musik immer scheiße scheiße was ich meine ganzen 2000 Steine mit dabei habe aber da brauch ich dann die Verteidigung einfach nachher ja im Moment wenn ich irgendwas hier bei so einem Lager von einem Überlebenden durchsuche so eine Dose was kommt raus Schrauben ok soll ich mal ein Relief nachgucken ob es in so einer Ravioli Dose da gibt ja wir sind hier aber mein Bestand hat sich jetzt echt wieder gut gefüllt ähm noch geile Sachen bekommen wir haben schon ich muss noch eine Mission dann mit dem Miner machen dann habe ich meine Daily auch wieder fertig gebiedern wie Bugs wie Böhmann das Tollmann ich hab mir ganz einfache Daily ich muss mit ein paar Leuten einfach Missionen abschließen aber das ist cool Waaaaa ähm ähm das kriege ich auf keinen Fall alleine Leute? ja Leute? wo bist du denn? das ist nicht mehr witzig das ist nicht mehr witzig du hast echt ein paar geholt ja ups ich komme ich bin weg alles gut puh ne die sind ja deswegen nicht verschwunden ja ich weiß aber ich bin erstmal davon weg das Ding ist ich hab oh ihr habt die anderen aufgeweckt irgendeine von euch also nur du was? jaaa ja ich hab mal ein paar Belohnungen vor uns geholt ja gut hilf mir ich werde auf der Fall ich hab Angst mir fällt grad auf ich hab sieben Blue Glow sieben ist gut sieben ist gut ich hab erst einen wie hast du das denn jetzt gerade gemacht? ich hab erst einen ja ja ich ich hab auch erst einen komm wir machen das Lager auch noch gleich hier oh mein ne wow wow ich find das nett wie du mein Leben anguckst ich kann dich heilen wenn du willst alles gut ich bin der kleine wuh nachladen warum dauerst du so danke ich wünschte ich könnte so easy peasy haben wir doch erledigt oh nein ist mir nichts auskissen und ja kristallern nehme ich gerne haben wir eigentlich schon das Teil gefunden äh was ist da jetzt genug? mhm Action oh meine Waffe ist mal down scheiße ich meine nicht oooh aber ich darf heute mal gucken wird nicht für den letzten Fight reichen oh hier ist noch ein Lager oh mach ich dann mal kurz ja ich komme ja mit dem Sturmflug ist ein Lager komm schon keine allzu gute Belohnung aber immer gut zu mhm mhm ach gott ja mhm ach mhm wie das ist mhm 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 und mhm mhm so haben wir denn jetzt eigentlich das Ding gefunden was wir finden wollten nur die Rakete die wir starten müssen deswegen bin ich ja gerade in die Richtung gerannt Okay, ich hab mal mein Hoverboard ausgeholt, mal gucken. Wo wir das gute Gerät haben. Oh, hier hinten kann ich noch was verbessern für uns. Okay, movement speed. Was hab ich hier denn gerade gefunden? Was hab ich noch nie gehabt. Ah, A2. Vielleicht die R-R-Rakete, was wir angezeigt. Was ist denn gesichertes Fundgerät? Wieso? Na, ich glaub, ich hab die Ba... Ja, ja, ich hab Abschusskampf. Ich aure. Ja, gefunden. Ganz hinten. Nordwest. Oh. Ich hab grad noch, dass ich noch ein bisschen money finde. Ist aber, läuft grad gut. Ich schau mal ein Podzum, ich sät hier weg. So. Oh, mein Gott. Oh, ich hab mir ein Podzum. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für den Pfeil ab? Hör auf! Alter! Wir brauchen 3, haben die 4? Ich hab 3 Ja, dann kann ich mal die 4 eigentlich so nicht starten, wenn sie nicht starten Ich muss auch noch 4 Ich hab jetzt, wenn ich das hier gleich bekomme, 2 Und dann bauen wir eine ordentliche Verteidigung und dann... Ja. Wenn wir auch starten, ich komm zu euch. Oh, das reicht natürlich nicht. Halt jemand noch Speck, dann crafte ich noch, ähm... Impulse-Tale, damit ich meinen Sniper benutzen kann. Kann ich hier nicht bauen. Oh, hier geht's ab, scheiße. Oh, ich seh grad... Ich hab noch ein bisschen noch mal. Was? Ob du Hilfe oder nicht? Weiß ich noch nicht. Ne, ich glaub ich hab sie alle. Oder ne, aber es geht noch, warte. Okay. Noch zwei Leute gerettet. Verläuft was irgendwie? Hm, der tankt ganz schön was. Der hat zwei Fünfhunderter kassiert und hat's überlebt. Aha. Was brauchst du? Hm... Ich? Ich fiel von dem Speck. Ah, ich kann es. Oh, hier ist noch so'n Geist. Dann hau den nur weg. Oh, jetzt ist er wieder weg. Scheiße. Wieder verschwunden. Ich muss mir auch, glaub ich, dass noch ne... Ah, Angelo, wie willst du ne bestimmte Menge aus? Mit Z kriege ich das gar nicht hin. Wie, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst? Ja, jetzt ne bestimmte Menge von dem... Was? Hm. Ich will ihm ja nicht alles geben von dem Speck. Hm. Hm. Ich glaub, normal droppen und dann zeigt er dir die Anzahl an, die du droppen kannst. Ja, wenn du sagst, ablegen oder sowas. Hm, ja. Wie viel willst du ungefähr? Sag mal was. Also mir sind die egal, ich brauche eins für 100 Schuss. Ja, dann nimm die. Das Ding ist bestimmt nicht ohne, oder? Der Angriff ist hier. Glaub ich auch nicht. Wollen wir mal ein bisschen größer? Jetzt, jetzt sagt er, ich hab keine Schrauben mehr. Ich bin gleich wieder da. Schrauben kann ich dir auch geben. Okay, dann komm ich wieder zurück. Hm. Sitz doch auch zehn davon. So. Okay. Ich mein, ich brauch zwei E, insgesamt fünf. Und ein Speck, damit ich 100 Schuss machen kann. Okay. Und mir fehlen halt noch zwei. Das heißt... Kann ich zwei... 200. Kriegst du 100, ich 100. Oh. Ähm. Die machen dahinten Auge. Hm. Na, ich könnte auch noch Fallen herstellen. Ich hab jetzt irgendwie mal noch Fallen gefunden, die wir hier anbauen können, oder wollen wir noch ein paar bauen? Ne, ich glaub ich hab noch ein paar Feilen. Nicht allzu starke, aber die machen ja überhaupt Schaden. Hm. Ja. Ich brauch die. Ich hab... Ich hab Bandstacheln, Liana. Du, ich könnte... Du, ich könnte... Wir machen mal hier eine Tür rein. Ich hätte mir Metall fahren sollen. Aber ich brauch Stein halt bei mir am meisten nur welche. Dann baue ich für oben hier Pads. Dann baue ich noch ein paar von den Dingern. Dann baue ich noch ein paar von den Dingern. Wohoo. Ich wünschte, ich könnte... Ich wünschte, ich könnte... Ich wünschte, ich könnte... Oh, oh. Oh, oh. Hoops. Ich sollte da nicht hin. Oh. Ich frage es jetzt so wie weit Machen wir hier Action? Das ist eine gute Frage Ähm, danke Das sollte eigentlich reichen für die Raketenstart, ja Also nach unten ein bisschen Verteidigung bauen, ich baue jetzt noch ein bisschen hier oben Ich grade gerade unten alles ab Ich baue oben die Healpads auf Dann baue ich hier ein paar Elektro-Dinger ran Tod! Arsch Ich hab jetzt auch ein paar Strom-Dinger gebaut Dann haue ich hier mal So, okay, ist jetzt alles schon mal eine Stufe warm Na, fast alles Pass auf die Buggy-Kamera Ich baue gleich mal eine Pfarrer-Zwee-Vorgang Ich baue gleich mal eine Pfarrer-Zwee-Vorgang Aber sonst hat mein Stein und alles klappt So, was baue ich denn noch von Bodenfein und davon kann ich halt mal Und mein Stein ist weg Oh, da hätten sie noch Quests für mich Oh, ich mach lieber schnell so lange die Fallen bauen Okay, aber Boss Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht Wenn du ein Burschen namens Lars tritt Habe einfach weiter Was ist eine Anomalie? Ähm, damit kannst du Sachen fahren Aber du stets zerstöre die Anomalie Ja, sofort auf Und dann noch werden daraus fünf Alu-Malie Und du musst es zerstöre, dann hast du's geschafft Ich höre erst auf, wenn wir dein Freund gefunden haben Und es mir egal, ob du wütend wirst Ich bin nicht wütend, kleiner Roboter Ah, nicht zerstören, einsammeln Oh, du bist traurig Die Alu-Malie muss ich kaputt machen Weißt du was? Nö, 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 du musst einsammeln Oh Nö, 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 nö Er ist wieder lila an den Dinger Ja, die hat echt aber eingesammelt Du kriegst ja auch dafür Belohnung Kriegen wir alle Nö Als ich gleich Jetzt komme ich hier nicht drauf Oh, jetzt sind noch ein paar Traps Dann haben wir's eigentlich Ganz gut gebaut Oh, hier vorne dran kommen noch die Dinger. So, okay, die eine Malie ist fertig. Und... Ja, ich hab schon was gemacht. Können wir auch noch reagieren, wenn irgendwas kommt. Ja. Wir werden einen jetzt nicht so zu Tode vorstelligen haben. Ja, ich denke auch. Aber ich hab's auf jeden Fall ganz gut vorbereitet. Ansonsten den Rest müssen wir halt dann ein bisschen improvisieren im Fight. Ich kann dann noch bei der anderen mal ihre Belohnung abholen. Ja, ich komme. Oh ja, da war guter Staff. Hm. Was auch sonst sonst. Ja, ich weiß. Ja, wow. Angelo. Ja, wow. Du machst das schon. Bitte? Angelo. Ich hab mich grad verarscht. Ja, einfach weg geht. Wieso sind die gleich wieder so schnell? Weil ich nicht viele Leger habe. Ich kann nicht. Das rechtfertigt hier gar nichts. Und Belohnung fertig. Keinen besonders gut. Das einzige was gut für bei mir sind 144 Steine. Äh, hier war irgendwo grad ein Hoverboard-Ding. Das war dann von euch gesammelt, ja, ne? Die Funkgeräte. Ja, irgendwas war hier gerade eine Quest. Ja. Sehr schön. Ich hab das für zwei auf den Kopf gemacht gemacht. Okay. Na, dann können wir eigentlich starten, oder? Ich denke, wir haben ganz gut vorbereitet. Wir haben auch noch äh, 43 Einheiten plus. Aber auf jeden Fall nochmal. Ich hab letztens mal extra für Munition gemacht, damit ich auf jeden Fall, okay. Äh, Munition ist... Schrauben hab ich kaum noch. Ja, die Schrauben werden auch bei mir knapp. Meine Waffe ist auch da. Hm. Was hab ich denn noch da? Ach, ich glaube nicht. Oh, was hat der denn hier alles zu tun? Was könnten wir eine Helium-Frost und dann noch craften, oder noch ein Helium-LMG? Ich wollt' mir unbedingt mal ne Waffe craften, die ich noch nicht ausprobiert habe, oder? Denk ich auch witzig. Ich hab sogar die Mats dafür. Hab auch keine Pistole, das Ding eigentlich wäre das ganz... Oder die ist halt auch mega stark. Boah, da könnte ich sogar noch das Rezept eigentlich... Weil die Skizze noch verbessern. Ich hab mir jetzt einfach mal ne Shotgun hergestellt. Die ist schon mal etwas. Die dauert zwar jetzt ewig zu craften, aber... Ich guck gerade, ich hab hier irgendwo so ne Raketenpistole bekommen. Die fand ich ganz putzig. Oh nein, da fehlen mir Mats. Scheiße, okay. Kann ich mir nicht herstellen? Ah, wegen diesen blöden Pistallen. Mats-Pistole. Was ist denn diese Bär da an der Land? Was ist denn hier? Wo ist denn das? Was ist denn das? Ich baue mir die hier. Ah, wo? Warte, wo? Wo ist das? Oh, die haben voll viel Stein gegeben. Ich hab Stein jetzt fast auf anderthalb Tausend. Ich hatte ja vor 800. Krass. Ähm, okay, ich bin aus der Map rausgelextwitcht. Bis ich bin gerade. Bis ich bin gerade. Ja, bist du hier neben mir was, das gerade? Ja, ja, da, 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 da. Ich fand es sehr witzig. Ich springe, Korzaleck, aber, aber, dort. Das Spiel mag mich schon wieder. Muss ich noch mal vorrätigen? Nein, ich kann mir die Musik nicht sagen. Nein, ich kann mir die Musik nicht sagen. Okay, wollen wir Blue Glow reinpacken, damit es startet. Oh. Okay. Das ist genug Blue Glow. Was ist denn genug Blue Glow? Ich erwarte, dass ein paar Lobber aufkreuzen. Also stell sicher, dass deine Verteidigungsanlagen bis zur Spitze der Rakete reichen. Und aktiviere Phase 1, wenn du bereits zur Verteidigung bist. Was? Warte, da muss ich noch oben ein bisschen nachbauen. Ich hab noch nicht ganz fertig dann. Ich hab schon ziemlich hoch gebaut, aber... Null von fünf Bänder gesichert. Sind das guter? Hm, ich glaub das sind, äh, irgendwelche... Kassetten. Stimmt, sonst wär's halt Bände. Hm. Äh... Oh. Muss wohl ich die suchen? Ja, also ich muss die nicht suchen. Ich hab die Mission schon fertig. Aktiviere und verteidige die Rakete. Naja, die sind jetzt rund um uns herum. Bewegungsfluss, Konditionsfluss, Baulimit. Da kommen welche. Ganz böse. Ganz böse. Ihr seid tot! Oh, das reicht doch nicht ganz. Nein, wir sind weg. Oh! Die kommen von hinten hin. Naja, die kommen überall, ja. Die umlaufen heute. Oh, nein. Was? Ist das nicht dein Ernst? Du bist schon wieder aus der Map raus? Ja. Oh, wow. Diesmal bin ich durch den Boden gefallen, danke PS4. Geil. Ich seh das nur immer so, neben mir, um einmal weg. Ja. So, das Ding ist jetzt bis oben hin zugebaut. Also jetzt, jetzt starten wir aber. Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Würde ich gerne, aber dafür musst du nicht erstmal Dauer von dem Map fallen. Ich geh gar nicht weg! Los geht's. Nein! Oh, ich war hier doch gerade bei so einem Teil. Phase 1 geht los! Mach dich zum Kampf bereit! Ich kann mir doch gar nicht weg. Oh, ey, das kommt immer ganz hart und hat niemand. Lass die Konditionen der Aktele nicht unter Femstung in Ruhe! Aber ich kann nicht reparieren, ne? Oh. Oder? Da ist alles. Jetzt kann es alles aus. Oh man, geh doch mal weg, du! Wer braucht der denn? Oh, wie viel der trotz Headshot aushält, der Dicke! Da sind noch nicht die Dicke. Für mich ist der schon dick. Die kommen noch. Nein! Nur bin ich von mir! Hier vorne keine Verteidigung da, ne? Nein, hier ist gar... Also die Bank kaputt! Ja, ich bin ja schon da. Du musst nur noch ein paar Pfeilen bauen, dann müsst ihr nur mal ganz kurz... Nein, hier kommen wir Dicke durch. Ich bin ja schon im Dicke, Mann! Ich bin ja schon im Dicke. Du hast nur noch 30 Sekunden. Alter, ich will sie einfach keinen schaden! Jaja, die brechen auch schon in der ersten Wände durch. Oder hinten. Oh, was ist hier ein für dickes Viech? Es ist blau! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ach, mein nicht der Glauben! Ach, mein nicht der Glauben! Der ist, der muss sterben! Ja, ist der ganz gut! Oh, ist egal! Ist egal! Nein, nein! Er rennt durch! Nicht ruhig, sollt man rein! Eine Sekunde noch! Bonus erfolgreich! Abschussrampe wird repariert! Pfff! Pfff! Phase 1! Von? Äh, 2 oder 3! Weiß ich nicht! Wo müssen wir noch irgendwo ausbessern? Ja, hier, aber ich kann's nicht! Keine Mats mehr, oder? Boah, doch! Wollte kann nicht! Weiß ich nicht! Jetzt ist es fertig! Ich glaube, hier vorne sollten wir vielleicht noch, wir können nicht mal 4 Verteidigung, oh ne, ich weiß, da sind wir schon drüber? Über spawnen? Ja! Okay, dann ist es egal, dann können wir eigentlich auch nochmal was haben basteln. Oder wobei... Ich glaube, du bist noch nie nicht über spawnen mit rübergegangen. Zumindest in deinem Videos nicht. Nee, bin ich auch noch nie. Das erste Mal. Was? In deiner ersten, in deinem ersten Part bist du direkt rübergegangen? Achso, das kann sein, da hab ich nicht gewusst, also nicht drauf geachtet. Achso. Aber sonst noch nie. Ich hab das bei dir gesehen und seitdem hab ich da sofort drauf geachtet, weil ich gesehen hab, oh ne, 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 das hat er nicht gemacht. Weil da gibt's nämlich extra. Ich hab so viel mal nichts gemacht. So. Ne, hat er sich selber geholt. Wollen wir starten? Ja, kann mal. Okay, dann, gucken wir mal. Los geht's. Los geht's. Die Sturmdaten wurden aktualisiert und in deinem ist eingetragen. Was? Ne, ne, rundherum. 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 Rundherum wieder. Ich wünschte, ich könnte. Achso, ja, jetzt siehst du auch. Schießt in deinem Raketenwerfer. Hehehe. Ninja Rocketwerfer. Die sind alle hier unten irgendwo. Na, da geht's nicht runter. Die sind weiter hinten. Oh, die. Oh, die. Oh, die Höhlenwesen. Was? Das ist mir leid. Da hab ich ja nicht. Gerade mal ein paar zerlegt. Fein. Wo bleiben die alle? Haben die keinen Bock mehr? Scheint so. Da hängen die irgendwo. Bei mir soll es rechnen. Oh, ne, ne. Wir müssen noch aktivieren. Ja. Weil irgendwie die Liedern Dinger sind doch noch gar nicht irgendwie am Ding. Achso. Ähm. So, hab aktiviert. Joa. Äh. Sieht anders aus. Ja, jetzt. Ja, jetzt freust du so an. Joa. Die Feste ist in Gefahr. Die Kondition der Verteilung ist unter 50% senken. Die Knochen-Tante. Oh, hier auf der Seite. Okay. Okay. Okay, die Plasma-Shotgun ist natürlich gar nicht okay. Hey, was ist das denn? Okay, die Plasma-Shotgun ist natürlich gar nicht okay. Hey, was ist das denn? Ja. Ja. Wuhu. Nein, nein. Oh. Ich hab' die Kopfschmeißen, aber die muss sterben. Nein, ich hab' sie. Ich geh' hin. Ich hab' nur die Köpfe in der Luft verschossen. Ja, und da unten ist noch einer. Oh, klar. Ja. Oh, hier ist noch eine. Holt deine. Oh, hier ist noch eine. Holt deine. Ach komm. Oh, komm. Was? Oh, das ist ja mal down. Das kann ich hochholen. Alles gut. Ich bin ja sowieso spätestens. Geist. Ich kann auch noch sehen. Ich kann auch noch sehen. Oh, die ganzen. Schnochenwerferin. Ich kasse die. Ja, ich geh' die mal töten, weil die macht das alles kaputt. Die macht mich kaputt. Ich versuch' meinen Geist. Okay. Okay. Geist hat eine tausende Wanderter. Okay. 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 Geist hat eine tausende Wanderter. Kass. Okay. Ja, mir geht die Munition auch. Lass mich raus. Oh, ja. Oh, andere Geweife. Ich hab ja eigentlich einen Schottgang. Geht dann natürlich normal. Ein ganz anderes. Also, ich mag die. Erstmal macht die normale Schottgangschuss und dann hast du einen speziellen Schuss. Pfff. Fuck. Ja, ich hab' die mit den Köpfen. Ja. Ja, die mit den Köpfen greif' ich schon wieder an. Was ist denn das? Feuerwerk. Ich wünsch' dich könnte... Fangen wir an. Feuerwerk für die Zuschauer. Bonus erfolgreich. Abschussrampe wird repariert. Oh, guck mal da oben. Wie die die Dinger reingehauen hat. Gut, dass wir's bis oben dann gebaut haben. Ja, hm. Hier ist auch noch was. Ich hab' ganz schön gedamaged. Aber ordentlich. Hm. Wie vor, dass wir das Mutter gebaut haben. Komm, wenn's ganz oben aufzieht. Wenn's um, muss alles drücken. Ich hab' ja hier Pads oben hingestellt. Ich hab' ja hier Pads oben hingestellt. Und das hab' ich auch gerne gönnen. Ja, du, Kiara, du bist schon ziemlich low. Hm. Hm. Kann man erst jetzt machen. Nee, du musst uns upgraden, ne? Hm. Nee, du könntest es auch, wenn du's schon kannst. Nee. Kann's ja, aber. Ich hab' nicht. Deswegen kommt Nolga die Wand nochmal neu geboren. Ich muss meine Waffe entdingsen, weil da ist nichts mehr zu holen. Wie viele meine sind noch voll? Hm. Haben wir mal die gute Pistole rein. Und die sind auch noch ein. Ich mach' ja mal die Wände wieder heil. Tut mir leid. Oh, boah. Oh, boah. Und die leben hier. Komm mal, Kaiohara, wo ich stehe. Was soll das denn? Geahrein. Kaiohara. 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 Wenn du hier hochkommst, kannst du dir auch noch mal leben wollen. Oben, erste Etage. Nee, aber ich weiß nicht, wie hast du den Plan gemacht, wo jemand bei dir hochkommt? Weiß ich nicht, wie mein Plan war. Weil du hier doch nicht sprungen hast, ne? Ja. Ja. Hier von drinnen. Komm mal hier rein. Hier ist noch eine Tür. Eine Tür habe ich eingebaut, hier wo ich stehe. Doch eine Tür habe ich gebaut. Ja, jetzt gerade. Ja, ja. Nee, die Tür war schon die ganze Zeit. Da kommst du hier. Ops. Ja. Oh, da kannst du dir legen. Ich hab auch schon gesagt. Hier ist noch mehr. Ähm. Ja. Sind wir dann wieder Stadler soweit eigentlich? Oder ist doch... Nee, wenn wir alles verholen können. Oh, warte. Ist doch einiges kaputt. Ähm. Ähm. Ich kann natürlich auch hier noch eine Platte für euch hinlegen, damit ihr auch hochspringen könnt. Ah, ich komme ja auch auf euch. Ich hab auch durchgesprungen. Ja. Ähm. Ja. Ähm. Wo willst du die Platte haben? Zum hochspringen. Hier vorne. Hier vorne. Hier vorne. No, wo geht die noch nicht? So? Wo geht die noch nicht? Da die Traptor vorliegt oder was? Nee. Wann die abbauen wieder? Nee, weil die fertig gebaut werden. Wow. Wann kommst du nicht? Doch, doch, geht. Einfach hinlaufen. Ja. Ja doch jetzt. Aber knapp. Oh Gott. Ja, ja. Ich bin da auch rein. Wie jetzt? Na gut, ich mach. Oh. Willst du die Wand noch upgraden oder nicht, Antino? Nö, ach. Nee, ne? Das muss jetzt reichen. So, dann hau ich mal rein, wa? Ja. Ja, ich hab auch. Ich brauch auch noch was. Ja. Oh, jetzt kommen sie von überall. Oh. Oh, Mensch. Dann könnten wir euch einfach schnell ein bisschen Munition in den Gras. Jetzt geht's ab, Leute. Oh, jetzt hab ich nur 300. Das wollte ich gar nicht. Naja. Naja, lieber 300, das ist gar nichts. Oh. Oh. Wow, hier ist die Todes-Action. Ja. Ich hab auch hier überraucht. Bin ich froh, dass er eigentlich die Shotgun-Over-Powered ist. Oho. Oh my God. Worüber ich nicht froh bin, dass ich Labor-Serum verwir Ond estilo. Ach. Put псих her ganz schön. 1 auf 10? Ja, ja, ja. Oh, hier komm ich mit durch! Oh, der Dicke wieder! Ich weiß der Dicke! Warte, welcher Digger? Der Runner? Das ist ja normal. Ne, 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 der ist dein Dicke. Der für mich aber noch der drößte ist! Jetzt verlieren wir schon die ersten Leben. Okay, okay, den Schlag muss her. Oh, wow. Oh Gott, ja, ja. Oh Gott, dieser Geist! Oh mein Gott! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Alles gut. Alter. Oh nein, hier sind sie auch durch. Scheiße. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, du rufst du rufst, Matsu. Oh. 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 Ich bin da schon wieder auf Platin Wo soll ich das Leben holen? Oh 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 Gott Ja da vorne ist richtig hardcore Geist 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 Wenn ich jetzt die Ingenieurin spiele, werde ich das hier einfach machen Die Abwunderung meine ich Geist ist oben Geist ist weg Geist ich werde so auf Oh das ist erfolgreich! Unmöglich Alles platin Ja Warte ich sehe hier noch irgendwelche Quest Dinger Ich werde jetzt gucken ob das ist Nein das habe ich nicht mehr hin Ja Leute wir haben die Rakete starten lassen 10 von 10 geschafft in der Zone live bei uns Dank der Hilfe natürlich auch von Chiara und Dodo Mal gucken Kampf haben wir Chiara hat auch fast 1000 Punkte geschafft Naja du hast es versucht Ey von meinem Level? Ja von dem Level ist das alles tutti Dann haben wir doch ganz gut gerockt und dafür dass ich eigentlich nicht den Ninja und den Spieler und nicht so doll gelevelt habe War das auf jeden Fall eine gute Leistung Ja Okay ich habe Beute Na maximale Beute Jaja maximale Beutele Maximale? Oh nice das hoffe ich jetzt auch Ja Beutele 6 Ich hätte auch einen Bonus reinhauen können Ich bin so doof Ich habe einen Bonus rein gemacht Hast du? Okay sehr gut Also du kriegst dann nur 5 davon ne Also ich habe nur für mich Achso Keinen Gruppenbonus rein gehauen So schnell war ich nicht Ich war damit beschäftigt überhaupt in die Gruppe zu kommen In einer Zeit wo eh noch die andere nicht irgendwas Da habe ich dann für mich erst einen Bonus eingestimmt Jawoll Beuteleveel 6 Perfekt ey Sehr schön Mal gucken was wir so gewonnen haben Und dann sind wir gleich mit dem Part schon durch Der hat ein bisschen länger gedauert 45 Minuten Oh ich glaube einer meiner längsten Parts war das bisher Ich habe auch Beuteleveel 6 Sehr gut Oh mein Gott das ist schon wieder halb 3 Ich muss gleich ausmachen Das ist nicht so süchtig das Spiel Ja Und man merkt die Zeit gar nicht ey Das ist so heftig Ja 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 okay Alles coole Sache Oh ist die Season auch für die anderen Dinger vorbei Ich glaube ich muss auch shoppen gehen Ja Wir haben gerade den Schwellenwert überschritten Kommandant Ich habe endlich wieder Speck So Okay ich habe den Doktor freigeschaltet Ich fange den Überlebenden Und nochmal eine aktive Energiezelle Okay jetzt bin ich bei Plankathon 1 von 13 Wir haben also 13 Parts die wir da durch machen müssen Schau mal Kommandant Geht Ab Ich muss kurz warten bis die Ansage durch ist Und dann kann ich erst den Part beenden Siehst du dieses seltsame violette Leuchten im Hintergrund Es ist mit nichts aus dem Steinwald zu vergleichen Wenn wir das Ding finden Sind wir Pop ein Stückchen näher Ich bin bereit für das erste Upgrade des Plankathon Sturmschild Sobald du es bist Natürlich Plankathon Sturmschild Da muss ich auch wieder upgraden Crazy Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf Vielen, vielen Dank an euch beide Dass ihr mich hier unterstützt habt Wir sehen uns im nächsten Part Wenn es euch gefallen hat Vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen Bis dann Haut rein Leute Euer Fearscream Ciao Euer Fearscream